Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder bei Jess und ich weiß es ist schon ein bisschen her, dass die Season 13 gestartet ist, aber für unser Roundup möchte ich hier ganz kurz mal ein paar Anmerkungen dazu geben, wie wir so gewohnt sind. Die Season dauert drei Monate, es ist am 23.02. die Season 13 gestartet um 17 Uhr und die Bugs sind raus. Also es hat die ersten paar Tage Probleme insbesondere mit den Errungenschaften gegeben, also genauer gesagt hier mit den 350 Gegnern mit der Kiste, das wurde nicht angerechnet für die Seasonreise, das heißt ihr konntet die teilweise nicht abschließen, wenn ihr diese Errungenschaft gewählt hattet, ist jetzt raus, funktioniert wieder alles, könnt ihr beruhigt spielen. Die erste Info, der zweite Bug bezüglich des Gruppenspiels, dass man hier immer nur zu zweit war, kein dritter, vierter reinkam und so weiter, ist auch raus, funktioniert jetzt auch. Also eine Bugfreie Season läuft hier aktuell. Wir haben hier als Stardarset Gnade des Szenarios für den Totenbeschwörer, für den Kreuzritter gab es eben das Dornenset für den Mönchgewandlung des Affenkönigs, das beste Stardarset. Ich sage es auch immer wieder im Stream oder auch in jedem Video, also die ideale Monk Season ist das dieses Mal. Dann haben wir hier noch Jade für den Hexendoktor und das Feuervogelset für den Zauberer. Ich glaube einer fehlt noch, der Barbar mit Macht der Erde, oh da fehlt sogar noch einer, der Dämonenjäger mit Mantel des Schattens. Also die Stardarsets, Stardarset, da werden die meisten wahrscheinlich schon wissen, worum es geht. Es gibt den Porträtrahmen und diesen Teddy, als das Ganze mal hier ein bisschen abzurunden. Also den Rahmen finde ich cool, der Teddy ist natürlich ein bisschen, ja sagen wir mal, den einen gefällt es, den anderen weniger, je nachdem. Ich selbst habe schon ein bisschen was in der Season gespielt. Wir haben hier eine reine Hardcore Season, also ich habe mir nicht mal gedacht, wenn Season 13 schon eine Wiederholung von Season 12 ist, spielen wir mal hier so eine kleine Hardcore Season. Warum denn nicht? Dort konnten wir schon hier so knapp über 760 Paragon erreichen und haben auch schon ein paar Primals gefunden. Zwar nichts, was man brauchen kann, aber doch ein paar zum Abrunden. Was ich noch hier separat ansprechen möchte, weil es in dieser Season neu ist, und zwar hat Blizzard im Hintergrund ein bisschen was geändert. Also es gibt in dem Sinne nichts Neues, dass es zwar keine Setanpassungen gibt, aber Blizzard hat im Hintergrund ein paar Sachen geändert, um gegen dieses enorme Botting und ansonsten das Nutzen von Drittprogrammen, zum Beispiel wie TurboHart oder sonstige Sachen, welche halt einfach das Spielen deutlich erleichtern und man einen, wie soll man sagen, nicht gerechtfertigten Vorteil bekommt, da ein bisschen einzugreifen. Deswegen wurden hier teilweise Daten verschlüsselt und deswegen ist es jetzt auch wesentlich schwieriger für Botter und auch für Leute, die TurboHart nutzen, das Ganze anzuwerfen. Also TurboHart, ob das nochmal zurückkommen wird, keine Ahnung, es wird vermutet, dass sie es wieder irgendwie schaffen. Die Bots, da sollte es anscheinend schon wieder irgendwelche Versionen geben, dass die wieder weiterlaufen. Ja, also man sagt mal so, bis jetzt in der ersten Woche ist es noch eine relativ botfreie Season, aber komplett wird es Blizzard wohl leider nicht gelingen, die hier alle wieder rauszunehmen. Also man sieht es jetzt in der ersten Woche noch nicht, denn es ist jetzt das Paragon noch nicht so hoch. Die meisten haben jetzt hier so 1200, 1300, teilweise 1400. Man wird es dann erst in der zweiten, dritten und vierten Woche sehen, wenn dann die Leute hier sich eindeutig vom Paragon her auch absetzen und sie dann wirklich sehr, sehr stark zulegen, was das Paragon angeht. Also ich persönlich finde es gut, dass Blizzard hier etwas unternehmt. Ich bin auch sicher, die meisten von euch finden das gut. Dann kann man nämlich auch wieder mal entspannt hier ein bisschen rein spielen in diverse Geschichten, ob man es möchte oder nicht. Es wird sich wahrscheinlich nicht verhindern lassen, dass Blizzard die Bots dann irgendwann wirklich wieder rausbannt, wie es auch da so teilweise gegen Ende von Season 12 war. Aber wir werden es sehen. Also ich finde es mal gut, dass hier etwas passiert. Der ganze Entwicklungsstand ist eh sehr, sehr schnell. Da geht alles sehr, sehr schnell voran beim Farmen, wie das halt so üblich ist in der Diablo-Season. Ja Freunde, er wurde jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Wie gesagt, Season 13 läuft. Starter-Sets, nochmal, wurde öfter im Stream gefragt. Wenn ihr Softcore und Hardcore trennt, dann kriegt ihr nur einmal die Season-Belohnungen. Also das Ganze, die Season-Reise ist accountweit. Das bedeutet also, wenn ihr natürlich mit eurer, wenn ihr als erst Softcore spielt, euch dort das Set holt und da macht ihr euch in der Mitte der Season einen Hardcore-Jar, könnt ihr euch dort kein Set mehr holen. Also das ist vielleicht noch so ein nicht ganz unwesentlicher und unwichtiger Hinweis. Ja Freunde, das war es jetzt wieder. Wer die Season auch live verfolgen wollte, gerne auf twitch.tv slash jessewalks. Im Livestream könnt ihr dort auch gerne Fragen stellen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.